Kommunistische Organisation Grundlagenschule Kapitel 4.7 Monopol, Finanzkapital und Imperialismus Die Entwicklung des Kapitalismus geht gesetzmäßig damit einher, dass sich in den Händen der Kapitalisten immer mehr Kapital konzentriert. Die Akkumulation des Kapitals bedeutet ja nichts anderes, als dass Mehrwert immer wieder investiert wird, um das Kapital des Unternehmens immer weiter wachsen zu lassen, sodass die Menge an Kapital, die ein einzelner Kapitalist unter seinem Kommando hat, immer größer wird. Akkumulation und Konzentration des Kapitals sind somit nur verschiedene Ausdrücke für denselben Vorgang. Die Konkurrenz der Kapitale untereinander führt gleichzeitig auch dazu, dass stärkere Kapitalisten die Schwächeren vom Markt drängen, indem sie ihre Waren billiger verkaufen können als diese oder mit höherer Qualität und so weiter. Sie übernehmen dann deren Marktanteile und beschäftigen mehr Arbeiter, um ihre Produktion ausdehnen zu können. Oder aber sie kaufen andere Kapitale auf oder schließen sich mit ihnen zusammen, Fusion und Übernahme. In all diesen verschiedenen Fällen ist das Ergebnis letztlich dasselbe, nämlich dass anstelle der vielen kleineren Kapitale wenige größere nun die Produktion und den Warenverkauf kontrollieren. Diesen Prozess bezeichnet man als Zentralisation des Kapitals. Während die Konzentration des Kapitals einfach Wachstum des Betriebskapitals eines einzelnen Kapitalisten durch Anhäufung von Mehrwert ist, bezeichnet die Zentralisation die Zusammenführung von bereits vorhandenen, aber getrennt akkumulierenden Kapitalen in weniger Einheiten und unter dem Kommando einer kleineren Zahl von Kapitalisten. Beide Prozesse schreiten im Kapitalismus unaufhaltsam voran. Sie führen dazu, dass immer größere Bereiche der Wirtschaft von einer immer kleineren Anzahl von Unternehmen beherrscht werden. Während in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts in den allermeisten Industriezweigen noch eine Vielzahl von Unternehmen miteinander konkurrierte, änderte sich das am Ende des 19. Jahrhunderts. Es entstanden nun riesige Konzerne, die ganze Branchen untereinander aufteilten und es schafften, diese weitgehend zu beherrschen. In Deutschland war zum Beispiel die Elektroindustrie Anfang des 20. Jahrhunderts von den beiden Konzernen AEG und Siemens dominiert, die Chemieindustrie von BASF, Höchst, Bayer und Agfa, die Eisen- und Stahlindustrie ebenfalls von wenigen Konzernen wie Thyssen, Krupp, Hösch und Mannesmann und der Bankensektor von der Deutschen Bank, der Darmstädter Bank, später Danat Bank, der Dresdner Bank, Commerzbank und Diskontogesellschaft. In England, Frankreich den USA oder Japan sah es ähnlich aus. Das Kreditwesen hat sich als ein sehr wichtiger Hebel der Konzentration und Zentralisation des Kapitals erwiesen. Indem es untätiges Kapital aus allen Bereichen der Wirtschaft sammelt und in profitversprechende Investitionen kanalisiert, indem es Großunternehmen leichteren Zugang zu frischem Kapital ermöglicht als kleineren Kapitalisten, indem es durch das Aktiensystem den großen Unternehmen neue Möglichkeiten der Finanzierung, aber auch der Übernahme anderer Firmen erschließt, trägt das Finanzsystem enorm dazu bei, dass sich immer größere Massen an Kapital unter einem Kommando zusammenballen. Kapitel 4.7.1 Das Monopolkapital Die Großunternehmen, die ganze Wirtschaftszweige alleine oder mit wenigen Konkurrenten gemeinsam kontrollieren können, nennt man Monopolkapital. In der marxistischen Theorie spricht man auch dann von Monopolen, wenn es mehrere, aber wenige Unternehmen gibt, die einen Zweig kontrollieren, obwohl Monopol aus dem Altgriechischen übersetzt eigentlich einziger Verkäufer bedeutet. Trotzdem ist diese weiter gefasste Verwendung des Monopolbegriffs sinnvoll, weil das ökonomische Phänomen grundsätzlich dasselbe ist, ob ein Wirtschaftsbereich von einem oder wenigen Konzernen beherrscht wird. In beiden Fällen kann das Monopolkapital durch seine Kontrolle des Verkaufs die Preise heraufsetzen. Denn auch wenn es mehrere Monopolkapitalisten in einer Branche gibt, lassen diese sich erfahrungsgemäß nur selten auf einen Unterbietungswettbewerb bei den Preisen ein, sondern nutzen viel eher gemeinsam ihre Stellung aus, um Extraprofite durch höhere Preise zu erzielen. Diese Extraprofite bedeuten nichts anderes, als dass ein Teil des Mehrwerts, den andere nicht-monopolistische Unternehmen schaffen, wegen der Monopolpreise an die Monopolkapitalisten fließt und die Profite der kleineren Kapitalisten verringert. Oft können die Monopole aber umgekehrt auch ihren Zulieferern niedrige Preise aufzwingen, weil diese mit ihren Lieferbeziehungen an dem großen Monopol hängen und diesem weitgehend ausgeliefert sind. Natürlich besteht aber auch für die Arbeiterklasse kein Anlass, irgendein Mitleid mit den nicht-monopolistischen Kapitalisten zu empfinden. Denn diese sind immer noch ihre Ausbeuter und gerade weil ihre Spielräume sich durch das Monopolkapital verringern, versuchen sie umso mehr ihren Profit zu erhöhen, indem sie den Arbeitern niedrige Löhne zahlen und oft einen regelrechten Krieg gegen jede Form der gewerkschaftlichen Organisierung entfesseln. Textbox Formen des Monopols. In der Geschichte des Kapitalismus haben sich verschiedene Formen des Monopolkapitals herausgebildet. Die einfachsten Formen des Monopols sind kurzfristige Abmachungen über Verkaufspreise. Bildet sich daraus eine längerfristige Partnerschaft, in der Vereinbarungen über die Menge des Warenausstoßes, die Preise, Aufteilung der Arbeitsmärkte und ähnliches getroffen werden, spricht man von einem Kartell. Beim Kartell sind die einzelnen Unternehmen weiterhin eigenständig. Im Gegensatz dazu ist ein Trust ein Monopol, wo verschiedene Unternehmen zusammengeschlossen wurden, um gemeinsam eine Monopolstellung zu erringen und die Preise kontrollieren zu können. Eine wiederum andere Form des Monopols ist der Konzern, bei dem es weiterhin untergeordnete Einzelunternehmen gibt, die formal selbstständig sind, aber sich unter der Kontrolle und in finanzieller Abhängigkeit von der Zentrale des Konzerns befinden. Der Konzern ist heute eine überaus einflussreiche und verbreitete Form des Monopols. Textbox Ende Der Übergang zum Zeitalter des Monopolkapitalismus war kein Zufall, sondern wurde mit der Entwicklung des Kapitalismus zwangsläufig. Die Einführung neuer Produktionsverfahren im Verlauf der zweiten Welle der industriellen Revolution am Ende des 19. Jahrhunderts führte dazu, dass die organische Zusammensetzung des Kapitals sprunghaft anstieg. Das heißt, es wurden immer teurere Produktionsverfahren eingesetzt, die einen riesigen Investitionsaufwand bedeuteten, den kleinere Unternehmen sich gar nicht leisten konnten. Die Produktion in den neuen Industriezweigen wie der Elektro- und Chemieindustrie, dann zunehmend auch der Automobilindustrie, war nur im großen Maßstab überhaupt rentabel und sinnvoll organisierbar. Dadurch kam es zwangsläufig zu Monopolen, denn die Schwelle an Mindestkapital, das ein Kapitalist investieren musste, um in dieser Branche überhaupt einsteigen zu können, wurde immer höher, wodurch es immer weniger Konkurrenten für die großen Monopole gab. Kapitel 4.7.2 Das Finanzkapital Die stürmische Entwicklung der Industrie in den führenden kapitalistischen Ländern, zu denen nun auch das Deutsche Reich gehörte, förderte die Zentralisation des Kapitals einerseits immer weiter, setzte sie aber andererseits auch voraus, da immer größere Kapitalmassen notwendig waren, um die Industrieproduktion auf dem modernen technischen Niveau zu ermöglichen. Hier spielte das zinstragende Kapital in Form der Banken und Aktiengesellschaften eine unverzichtbare Rolle. Die Banken waren nicht nur Kreditgeber der Industrie, sondern entwickelten auch enge Beziehungen zu den Industriekonzernen, indem sie Vertreter in ihre Aufsichtsräte entsandten und Anteile an den industriellen Unternehmen erwarben. Die Aktiengesellschaften entwickelten sich als eine alternative Form der Finanzierung von industriellen Unternehmen. In beiden Fällen haben wir es mit einer neuartigen Beziehung zwischen dem zinstragenden und dem produktiven Kapital zu tun. Lenin spricht aufgrund der oben beschriebenen Entwicklungen und in Anlehnung an den sozialdemokratischen Ökonomen Rudolf Hilferding von immer engeren Beziehungen zwischen dem Bankkapital und dem Industriekapital und sogar von einer Verschmelzung der beiden Kapitalsorten. Diese Verschmelzung bedeutet allerdings nicht, dass Banken und Industriekonzerne aufhören, als getrennte Unternehmen zu existieren. Aber durch das Aktiensystem an der Börse haben Banken und auch andere Unternehmen die Möglichkeit, Anteile eines Industriekonzerns zu kaufen und darüber auch Einflüsse auf seine Geschäftsstrategie zu nehmen. Lenin schreibt dazu, Zitat, zugleich entwickelt sich sozusagen eine Personalunion der Banken mit den größten Industrie- und Handelsunternehmungen, eine beiderseitige Verschmelzung durch Aktienbesitz, durch Eintritt der Bankdirektoren in die Aufsichtsräte oder die Vorstände der Handels- und Industrieunternehmungen und umgekehrt. Zitat Ende. Lenin der Imperialismus als höchstes Stadium des Kapitalismus. Und, Zitat, die Folge ist einerseits eine immer größere Verschmelzung oder nach einem treffenden Ausdruck von Bukharin ein Verwachsen des Bankkapitals mit dem Industriekapital. Und andererseits ein Hinüberwachsen der Banken in Institutionen von wahrhaft universalem Charakter. Zitat Ende. Auch aus Lenin der Imperialismus als höchstes Stadium des Kapitalismus. Die Trennung des Kapitaleigentums vom fungierenden Kapital durch das fiktive Kapital führt dazu, dass aus der Sicht der Investoren auch das industrielle Kapital die Bewegung des fiktiven Kapitals vollzieht. Auch das in die Aktien eines Industriekonzerns investierte Kapital wirft einfach Rendite ab, die Bewegung G zu G' ohne, dass der investierende Kapitalist es selbst in die Produktion angelegt hätte, um Maschinen zu kaufen, Arbeiter zu bezahlen und so weiter. Lenin schreibt dazu, Zitat, die Trennung des Kapitaleigentums von der Anwendung des Kapitals in der Produktion, die Trennung des Geldkapitals vom industriellen oder produktiven Kapital, die Trennung des Rentners, der ausschließlich vom Ertrag des Geldkapitals lebt, vom Unternehmer und allen Personen, die an der Verfügung über das Kapital unmittelbar teilnehmen, ist dem Kapitalismus überhaupt eigen, Zitat Ende. Lenin der Imperialismus als höchstes Stadium des Kapitalismus. Aber im Monopolkapital erreichen diese Phänomene eine neue Qualität. Auch die Industriemonopole selbst sind also so organisiert, dass sie an der Akkumulation von fiktivem Kapital, von Eigentumstiteln am Kapital orientiert sind. Was Lenin hier beschreibt, ist also eine neue Art von Kapital. Diese Verschmelzung von Bank- und Industriekapital nennt er Finanzkapital. Das Finanzkapital besteht also nicht einfach nur aus Banken, Versicherungen und so weiter, sondern auch aus industriellen Monopolen. Die Kapitalisten, die dieses monopolistische Finanzkapital kontrollieren, kann man auch als Finanzoligarchie bezeichnen, da es sich um eine kleine Schicht von Personen handelt, die allein aufgrund ihres Eigentums am Finanzkapital riesiger Renditen erwirtschaften, den Großteil der Wirtschaft kontrollieren, einen Teil des Mehrwerts von den nicht-monopolistischen Kapitalisten abpressen und dadurch in ihren Händen enorme Macht konzentrieren können. Zitat, das Übergewicht des Finanzkapitals über alle übrigen Formen des Kapitals bedeutet die Vorherrschaft des Rentners und der Finanzoligarchie. Zitat Ende. Auch aus Lenin der Imperialismus als höchstes Stadium des Kapitalismus. Und eine kurze Ergänzung. Mit Rentner sind hier Personen gemeint, die ohne eigene Arbeit und ohne produktive Investition alleine durch ihr Eigentum an Geldkapital ein ständiges Geldeinkommen erhalten. Eine Anmerkung der K.O. Die Begriffe Finanzkapital und Monopolkapital hängen untrennbar miteinander zusammen. Es war der Übergang vom Kapitalismus der freien Konkurrenz zum Monopolkapitalismus, der die Entstehung der riesigen Aktiengesellschaften und des engen Geflechts aus Banken und Industrie hervorgebracht hat. Die Entstehung und Konkurrenz der Monopole erforderte notwendigerweise die Form des Finanzkapitals, da nur so die riesigen Kapitalmassen aufzubringen waren, die für die modernen Technologien im Kapitalismus des ausgehenden 19. Jahrhunderts und beginnenden 20. Jahrhunderts erforderlich waren. Textbox Diskussionen über die Bestimmungen des Begriffs Finanzkapital Es gibt eine Diskussion darüber, ob die Bestimmung des Finanzkapitals als Verschmelzung von Industrie- und Bankkapital noch geeignet ist, die heutige Realität richtig zu beschreiben. Auf der einen Seite gibt es die Position, dass Lenins Definition des Finanzkapitals, wie sie oben dargestellt wurde, weiterhin uneingeschränkt gültig ist. Demnach sind nationale Besonderheiten bei der Unternehmensfinanzierung von zweitrangiger Bedeutung und ändern nichts daran, dass wir weiterhin vom Finanzkapital als der Verschmelzung von Bank- und Industriekapital sprechen können. Diese Position wurde in den vergangenen Jahrzehnten immer wieder kritisiert. Zahlreiche Autoren haben darauf verwiesen, dass das enge Geflecht aus Banken und Industrieunternehmen, wobei die Banken die Industrie über Aktieneigentum und Aufsichtsratmandate kontrollieren würden, eher eine spezifische Form darstellte, die in Deutschland und manchen anderen Industrieländern vorherrschte, aber nicht überall so vorzufinden sei. Zudem habe sich dieses Geflecht auch in Deutschland seit den 1980er-1990er Jahren zu einem großen Teil aufgelöst, da die Banken den Großteil ihrer Anteile an Industriekonzernen verkauft hätten. Der Begriff Finanzkapital für diese Art der Verschmelzung sei daher wenig sinnvoll. Meistens verwenden die Vertreter dieser Position den Begriff Finanzkapital daher einfach für das fiktive Kapital. Es gibt noch eine dritte Position zu dieser Frage. Vertreter dieser Interpretation teilen die Kritik, dass die Definition des Finanzkapitals als Verschmelzung der Banken mit der Industrie zu kurz greift und dass sie eher nationale Besonderheiten und bestimmte Entwicklungsphasen des imperialistischen Kapitalismus beschreibt. Demnach spielen zum Beispiel Banken nicht überall eine gleich wichtige Rolle, zudem gäbe es auch andere Formen des zinstragenden Kapitals, die heute eine wichtige Rolle spielten, zum Beispiel Investmentfonds, Rentenfonds, Versicherungen und so weiter. Diese Autoren argumentieren jedoch anders als die Vertreter der zweiten Position, dass der Begriff des Finanzkapitals sich nicht auf die Verschmelzung der Institutionen von Bank- und Industrieunternehmen oder ihrer jeweiligen institutionellen Funktionen bezieht, sondern auf ein Verschmelzen des Eigentums. Das Kapitaleigentum in den Händen der Finanzoligarchie verselbstständigt sich mit der Entwicklung des Monopolkapitalismus zunehmend gegenüber der Produktion des Mehrwerts und die unmittelbare Realisierung von Rendite, also der Prozess G zu G' anstelle von GW' zunehmend der vorherrschenden Form der Kapitalakkumulation wird. Das Finanzkapital ist nach dieser Position also mehr als nur fiktives Kapital, sondern bezeichnet den Zusammenhang der Akkumulation von fiktivem und produktivem Kapital unter der Vorherrschaft des fiktiven Kapitals und damit die Verschmelzung des monopolisierten Kapitaleigentums der unterschiedlichen Kapitalsorten in den Händen der Finanzoligarchie. Die Diskussion über den Begriff des Finanzkapitals werden wir im Rahmen des Klärungsprozesses führen. Textbox Ende. Kapitel 4.7.3 Das imperialistische Stadium des Kapitalismus Der Monopolkapitalismus ist aber keine bloß technische Veränderung im Kapitalismus, sondern eine eigene Epoche, ein Entwicklungsstadium des Kapitalismus. Lenin spricht vom monopolistischen Kapitalismus als dem imperialistischen Stadium des Kapitalismus. Laut Lenin weist der Imperialismus fünf grundlegende Merkmale auf. Zitat 1. Konzentration der Produktion und des Kapitals, die eine so hohe Entwicklungsstufe erreicht hat, dass sie Monopole schafft, die im Wirtschaftsleben die entscheidende Rolle spielen. 2. Verschmelzung des Bankkapitals mit dem Industriekapital und Entstehung einer Finanzoligarchie auf der Basis dieses Finanzkapitals. 3. Der Kapitalexport zum Unterschied vom Warenexport gewinnt besonders wichtige Bedeutung. 4. Es bilden sich internationale monopolistische Kapitalistenverbände, die die Welt unter sich teilen. 5. Die territoriale Aufteilung der Erde unter die kapitalistischen Großmächte ist beendet. Zitat Ende. Ebenfalls aus Lenin der Imperialismus als höchstes Stadium des Kapitalismus. Die ersten beiden Punkte haben wir schon behandelt. Die Punkte 3 bis 5 betreffen die internationale Expansion des Monopolkapitals. Lenin zeigte, dass das Monopolkapital einen ständigen Kapitalüberschuss akkumuliert, also dass die Monopole mehr Mehrwert anhäufen, als sie im eigenen Land rentabel investieren können. Dass das so ist, ergibt sich aus dem Wesen des Monopolkapitals. Weil der Markt für ein bestimmtes Produkt bereits unter wenigen Monopolkapitalisten aufgeteilt ist und von ihnen beherrscht wird, sind die Möglichkeiten, die Produktion weiter auszudehnen, begrenzt. Tun die Monopolkapitalisten es trotzdem, vergrößern sie das Warenangebot und drücken damit die Preise ihrer eigenen Waren nach unten, die sie ja gerade durch ihre Monopolstellung erhöhen konnten. In eine Ausweitung der Produktion zu investieren, führt unter diesen Bedingungen also nur zu niedrigeren Preisen, aber nicht zu höheren Profiten für die Monopole. Die Profitrate ist aber auch für das Monopolkapital die entscheidende Größe, von der die Investitionsentscheidungen abhängen. Deshalb muss das Monopolkapital an anderer Stelle nach profitablen Investitionsmöglichkeiten suchen. Diese findet es oftmals nur im Ausland, in anderen entwickelten imperialistischen Ländern oder in weniger entwickelten Ländern. Für die imperialistische Epoche ist daher eben nicht nur der Export von Waren kennzeichnend, der natürlich auch weiterhin eine große Rolle spielt, sondern besonders der Export von Kapital. Die Monopole suchen auf der ganzen Welt nach günstigen Möglichkeiten, Profite zu machen. Sie etablieren Zweigstellen und Filialen, kaufen andere Unternehmen auf oder fusionieren mit ihnen. Dadurch entstehen die internationalen Monopolverbände, von denen Lenin spricht. Diese werden aber nicht global in dem Sinne, dass sie keine Nationalitäten und keine besonderen Verbindungen zum Nationalstaat mehr hätten. Im imperialistischen Entwicklungsstadium des Kapitalismus ist auch die territoriale Aufteilung der Welt beendet. Das heißt, es gibt keine größeren Gebiete mehr, die von niemandem beansprucht werden. Der einzige Weg für die Monopole und ihre Staaten, neue Absatz- und Investitionsgebiete zu erobern, besteht darin, anderen Mächten und Kapitalgruppen diese Gebiete zu entreißen. Und dieser Kampf findet in der Tat ständig statt. Der beendeten Aufteilung der Welt folgt also zwangsläufig ein ständiger Kampf um die Neuaufteilung der Welt, der mal mit friedlichen Mitteln, also durch Waren und Kapitalexport, Diplomatie, Geheimdienste und so weiter, aber immer wieder auch durch Krieg ausgetragen wird. Es ist ein Gesetz, des Kapitalismus und besonders auch des imperialistischen Kapitalismus mit seinen international zugespitzten Widersprüchen, dass die Kapitalakkumulation sich regional und von Land zu Land sehr unterschiedlich entwickelt. Das komplexe Wechselspiel aus Konkurrenzkämpfen, politischen Strategien der Bourgeoisie, Auseinandersetzungen zwischen den Kapitalisten, Kriegen und Wirtschaftskrisen lässt bestimmte Länder und Regionen in der Hierarchie des imperialistischen Weltsystems aufsteigen, während andere relativ gesehen absteigen. Dadurch besteht grundsätzlich die Möglichkeit, dass auch Länder mit ehemals rückständiger kapitalistischer Entwicklung, wie zum Beispiel China, teilweise Indien, Brasilien und so weiter, in der internationalen imperialistischen Hierarchie aufsteigen und die alten imperialistischen Führungsmächte herausfordern. Infobox Sind China und Russland imperialistische Länder? Die These, dass einige ehemals rückständige Länder wie China, Südkorea, Brasilien, Indien und so weiter, aber auch Russland innerhalb des imperialistischen Weltsystems ihre Position verbessert haben, ist in der kommunistischen Bewegung sehr umstritten. Nach Auffassung vieler kommunistischer Parteien oder Einzelpersonen aus dem marxistischen Spektrum sind diese Länder nicht als imperialistisch einzuschätzen. Vielmehr wird Staaten wie China oder Russland oft sogar ein antiimperialistischer Charakter zugesprochen, da sie auch anders als die USA oder die führenden EU-Länder keine aggressive Außenpolitik betrieben. Im Kern geht es hier also um die Frage, ob der Imperialismus als weltweites System auf einer bestimmten Entwicklungsstufe des Kapitalismus zu begreifen ist oder vor allem als aggressive Außenpolitik. Im Rahmen des Klärungsprozesses beschäftigen wir uns auch mit dieser Frage ausführlich. Textbox Ende. Der Krieg um Ressourcen, um Absatzmärkte, Handelswege und so weiter wird im Imperialismus zur Notwendigkeit. Oftmals handelt es sich um Kriege der führenden imperialistischen Mächte, um unterentwickelte Länder unter Kontrolle zu kriegen oder zu behalten. Es kommt aber auch ständig zu Spannungen zwischen den führenden imperialistischen Staaten und Blöcken, in denen immer die Gefahr enthalten ist, dass sie sich zur direkten kriegerischen Konfrontation ausweiten. Die beiden Weltkriege des 20. Jahrhunderts waren das Ergebnis dieser zwischenimperialistischen Konflikte. Mit der immer weiteren Entwicklung der Waffentechnologie steigt auch das Maß der Zerstörung und des menschlichen Leides, das die imperialistischen Kriege verursachen. So furchtbar der Krieg für den Großteil der Menschen ist, die davon betroffen sind, aus Sicht des Kapitals ist er nur die Fortsetzung der Politik mit anderen Mitteln, genauso wie umgekehrt die Politik in Friedenszeiten nur die Fortsetzung des Krieges mit anderen Mitteln darstellt. Der Imperialismus bringt aus sich heraus zwingend die Tendenz zur Aggression nach außen hervor. Wenn der Imperialismus vor allem in der Vorherrschaft der großen Monopole besteht, also einer winzigen Minderheit von Großkapitalisten, müssten dann nicht fast alle Menschen gegen dieses System sein? Das ist in der Regel nicht der Fall, denn zum einen sind auch die nicht-monopolistischen Kapitalisten weiterhin an der Ausbeutung der Arbeiterklasse interessiert und verteidigen weiter ihre immer noch privilegierte Stellung als Ausbeuter. Zum anderen kommt es in den führenden imperialistischen Ländern auch in der Arbeiterklasse zu einer Differenzierung. Aufgrund der monopolistischen Extraprofite, die das Kapital in den entwickelten imperialistischen Ländern akkumulieren kann, vergrößert sich für diese Kapitalisten der Spielraum, um auch einem Teil der Arbeiterklasse höhere Löhne zu zahlen, sie mit sicheren Arbeitsbedingungen zu locken und so weiter. Für einen Teil der Arbeiterklasse in entwickelten imperialistischen Ländern wie Deutschland, den USA und so weiter steigt also der Lebensstandard deutlich an. Andere Arbeiter, oft im selben Unternehmen, aber natürlich auch in anderen Branchen und erst recht in anderen Ländern, haben weniger Glück und müssen weiterhin von Löhnen leben, die gerade einmal zum Überleben reichen oder nicht einmal das. Die Schicht der privilegierten Arbeiter, die Arbeiteraristokratie, wie Lenin sie nennt, versucht nun tendenziell ihren Lebensstandard zu verteidigen, selbst wenn dies auf Kosten anderer Teile der Arbeiterklasse geht. An späterer Stelle werden wir sehen, die Entstehung der Arbeiteraristokratie ist die gesellschaftliche und ökonomische Grundlage für die Verbreitung des Opportunismus in der Arbeiterbewegung. Kapitel 4.7.4 Der Imperialismus als überreifer Kapitalismus Lenin sprach vom Imperialismus als dem Zitat hochentwickelten, reifen und überreifen Kapitalismus Zitat Ende. Ebenfalls aus Lenin der Imperialismus als höchstes Stadium des Kapitalismus. Dass der Kapitalismus überreif geworden ist, bedeutet, dass er eine historisch überholte Produktionsweise und Gesellschaftsordnung darstellt. Während die Bourgeoisie in ihrer frühen Zeit eine fortschrittliche Rolle gespielt hat, indem sie den Feudalismus beseitigte und die Entwicklung der Produktivkräfte entfesselte, ist sie nun längst in ein Zeitalter eingetreten, in dem das Kapital, das Privateigentum an Produktionsmitteln zu Hindernissen für den weiteren gesellschaftlichen Fortschritt geworden ist. Das bedeutet nicht, dass der Kapitalismus in seinem monopolistischen Stadium keinen technischen Fortschritt mehr hervorbringen würde, denn im Gegenteil können die riesigen Zusammenballungen von Kapital, die den modernen Konzern konstituieren, auch riesige Summen für Forschung und Entwicklung aufbringen. Es bedeutet, dass gemessen an dem, was mit dem bereits erreichten Stand der Produktivkräfte möglich wäre, der Kapitalismus ein ineffizientes, verschwenderisches und zerstörerisches System ist. Das Monopolkapital verhindert neue Erfindungen, weil diese angesichts hoher Monopolprofite keinen entscheidenden Vorteil bringen. Es führt zu immer schärferen Krisen, die mit gewaltiger Vernichtung von Produktivkräften und menschlichem Elend einhergehen. Es bringt verheerende Kriege hervor und kann sich nur noch zum Preis enormer Umweltzerstörungen entwickeln. Der Großteil des Mehrwerts wird von einer winzigen Minderheit von Finanzoligarchen angeeignet, deren Reichtum in immer groteskere Höhen wächst, während die breite Masse der Menschen auf dem Planeten täglich um ihr Überleben kämpft. Diese Finanzoligarchie spielt in der Produktion keine Rolle mehr und ist für diese völlig überflüssig. Sie existiert nur, um aufgrund ihres Eigentums den Profit abzuschöpfen und zeigt damit in vollendeter Form, wie überflüssig die Kapitalistenklasse für die Entwicklung der Menschheit ist. Kurz, im Imperialismus sind alle Widersprüche des Kapitalismus auf die immer unerträglichere und langfristig das Überleben der Menschheit bedrohende Spitze getrieben. Lenin bezeichnet deshalb den Imperialismus als Zitat Parasitismus und Fäulnis des Kapitalismus Zitat Ende. Auch aus der Imperialismus das höchste Stadium des Kapitalismus. Gleichzeitig bereitet der Monopolkapitalismus aber auch den Übergang in eine andere, höhere Gesellschaftsformation vor, den Sozialismus. Mit der Entwicklung des Kapitalismus nimmt die Produktion einen immer stärkeren gesellschaftlichen Charakter an. Diese Vergesellschaftung der Produktion unter kapitalistischen Bedingungen besteht darin, dass alle Teile des Wirtschaftslebens voneinander abhängig sind und die Produktion zunehmend nicht mehr als Produktion des einzelnen Betriebs betrachtet werden kann, sondern als gesamtwirtschaftlicher Organismus stattfindet. Je komplexer die Produkte werden, desto stärker auch der Grad der Vergesellschaftung. Zum Beispiel werden Autos nicht in einem einzelnen Betrieb produziert, sondern die Entfertigung ist auf zahllose Zwischenerzeugnisse aus anderen Betrieben angewiesen, oft aus Kostengründen, auch aus dem Ausland. Während aber die Arbeit sich auf diese Weise immer stärker vergesellschaftet, bleiben die Produktionsmittel und die Produkte selbst weiterhin das Privateigentum des Kapitalisten. Durch die Vergesellschaftung der Produktion, aber auch die Konzentration und Zentralisation des Kapitals entstehen sehr günstige Voraussetzungen dafür, die Produktion der Kontrolle des Kapitals zu entreißen und unter das Kommando eines gesamtgesellschaftlichen Plans zu stellen. Denn eine Wirtschaftsweise wie der Feudalismus oder der frühe Manufakturkapitalismus mit einer unübersichtlichen Vielzahl an winzigen Produktionseinheiten lässt sich kaum zentral planen. Hingegen findet in den großen Monopolkonzernen ohnehin bereits eine Form der Planwirtschaft statt, nur dass die Planung eben in jedem Konzern für sich stattfindet und sich am Profit des Unternehmens orientiert, statt an gesellschaftlichen Bedürfnissen. Marx schrieb über die Form der Aktiengesellschaft, dass diese bereits die Zitat Aufhebung des Kapitals als Privateigentum innerhalb der Grenzen der kapitalistischen Produktionsweise selbst Zitatende darstelle aus das Kapitalband 3. Das Privateigentum an Produktionsmitteln gilt zwar weiterhin, aber das Unternehmen ist nicht mehr das alleinige Eigentum eines Einzelkapitalisten, sondern über das Aktiensystem und den Bankkredit wird Kapital aus der gesamten Gesellschaft gesammelt und der Aktiengesellschaft zugeführt, auch wenn es weiterhin sehr mächtige Kapitalisten gibt, die alleine große Anteile halten und darüber die Aktiengesellschaften kontrollieren können. Das ist analog dem Vorgehen in einer Planwirtschaft, wo der zentrale Plan ebenfalls Ressourcen der ganzen Gesellschaft mobilisieren kann, um bestimmte Produktionsziele zu erfüllen. Gleichzeitig hat der Kapitalismus die Arbeiterklasse enorm anwachsen lassen, indem städtisches Kleinbürgertum und Bauern zahlenmäßig immer weiter geschrumpft bzw. in die Arbeiterklasse übergegangen sind. Die Arbeiterklasse ist gleichzeitig sowohl die wichtigste Produktivkraft als auch die revolutionäre Klasse in der kapitalistischen Gesellschaft. Dass die wichtigsten Bereiche der Produktion von der Arbeiterklasse angewandt werden, ist ein wichtiger Aspekt, der die Reife der heutigen Gesellschaft für den Übergang zum Sozialismus anzeigt. Denn damit existiert auch bereits diejenige gesellschaftliche Kraft, die den Kapitalismus zerschlagen und die Produktion sowie die Organisation des gesamten Lebens der Gesellschaft in die eigene Hand nehmen muss. Wenn nun der Monopolkapitalismus bereits die Vergesellschaftung der Produktion auf hohem Niveau bedeutet, ist es dann vielleicht möglich, dass der Staat einfach die Kontrolle über die Monopole übernimmt und damit friedlich per Gesetz den Sozialismus einführt? Nein, das ist leider unmöglich. Zunächst einmal muss betont werden, dass zwar die Produktion im Kapitalismus immer weiter vergesellschaftet wird, aber die Aneignung des Mehrwerts weiterhin in privaten Händen bleibt, weil die Produktionsmittel weiterhin Privateigentum sind. Nur die Enteignung der Kapitalisten macht es möglich, dass die Produktion gemäß den gesellschaftlichen Bedürfnissen geplant wird. Das Privateigentum an Produktionsmitteln kann aber nur durch eine Revolution der Arbeiterklasse abgeschafft werden, nicht durch den Staat selbst. Warum das so ist, damit werden wir uns im Kapitel über den bürgerlichen Staat beschäftigen? Textbox, die Diskussion um die Imperialismus-Theorie. In der internationalen kommunistischen Bewegung werden unterschiedliche, teils gegensätzliche Imperialismus-Analysen vertreten. Eine grundlegende Streitfrage ist die Kontroverse um einen sogenannten kollektiven Imperialismus. Diese These, die zeitweise von Teilen der DKP vertreten wurde, ging davon aus, dass im heutigen Imperialismus die Konflikte zwischen den imperialistischen Mächten stark abgenommen hätten und diese vielmehr gemeinsam die restliche Welt unterwerfen würden. Damit seien Kriege zwischen imperialistischen Mächten sehr unwahrscheinlich oder unmöglich geworden. Beim kollektiven Imperialismus handelt es sich somit um eine Neuauflage der Ultra-Imperialismus-Theorie von Kautsky. Die erneute Verschärfung politischer und wirtschaftlicher Konflikte zwischen den USA und den westeuropäischen Ländern einerseits und China und Russland andererseits, die Spaltungstendenzen in der EU und so weiter, zeigen jedoch, dass zwischenimperialistische Konflikte keineswegs verschwunden sind, sondern immer die Gefahr kriegerischer Auseinandersetzungen in sich tragen. Eine weitere wichtige Kontroverse dreht sich darum, ob der Imperialismus als Entwicklungsstadium des Kapitalismus zu verstehen ist, das global vorherrscht. Nach dieser Position ist der Imperialismus also das als Weltsystem zu verstehen, das grundsätzlich die gesamte kapitalistische Welt umfasst, allerdings in sich sehr hierarchisch strukturiert ist. An der Spitze dieser Pyramide befinden sich demnach weiterhin die USA, doch auch Deutschland steht sehr weit oben. Ganz unten in der Hierarchie stehen weiterhin die ärmsten und unterentwickelsten Länder. Jedoch gibt es dazwischen verschiedene Schichten von Ländern, die nicht zur obersten Riege der imperialistischen Führungsmächte gehören, jedoch auch Charakteristika des Imperialismus aufweisen und deren Monopolkapital eigene Ziele verfolgt. Die Beziehungen zwischen den Ländern sind nicht einfach durch einseitige Abhängigkeit gekennzeichnet, sondern als gegenseitige, wenn auch sehr ungleiche Abhängigkeit zu beschreiben. Dagegen steht die Position, dass es weiterhin nur eine Handvoll imperialistischer Länder gäbe, während die absolute Mehrzahl der Länder einfach unterdrückte und abhängige Länder seien. Es gibt zwei Varianten dieser Theorie. Während beispielsweise Maoisten Russland und China ebenfalls in die Kategorie der imperialistischen Länder einordnen, geht die DKP davon aus, dass Russland und China nicht imperialistisch seien, sondern sogar antiimperialistischen Charakter hätten. Beide Varianten sind jedoch problematisch, da sie die Rolle von Ländern, die innerhalb der imperialistischen Pyramide eine Zwischenposition einnehmen und danach streben, eine globale Führungsrolle auszuüben, nicht richtig erklären können. Sie verabsolutieren die Abhängigkeitsbeziehungen zwischen den Ländern und sehen nicht, dass sich aufgrund der ungleichmäßigen Entwicklung des Imperialismus die Kräfteverhältnisse ständig ändern. Sie ignorieren, dass es daher auch möglich ist, dass unter bestimmten Bedingungen Länder ihre Abhängigkeit abschwächen und innerhalb der Hierarchie der imperialistischen Pyramide aufsteigen. Aus einer falschen Imperialismus-Theorie folgt jedoch immer auch eine falsche Praxis, die sich zum Beispiel in der Solidarisierung mit China oder Russland äußert oder darin, dass Staaten, die von den USA oder anderen imperialistischen Führungsmächten angegriffen werden, irrtümlich als antiimperialistisch eingeschätzt werden, obwohl sie in Wirklichkeit nicht den Imperialismus als System bekämpfen, sondern nur die Politik eines bestimmten imperialistischen Staates.